Der DAX ist heute in einer sehr spannenden Situation oder in einer sehr spannenden Marke, je nachdem wie man es sagen will, nämlich einer möglichen Entscheidungsmarke. Denn hier werden einige Marktteilnehmer jetzt sagen müssen, bekennen wir Farbe, sind wir bullisch oder sind wir dann doch eher pampelmusig, ein bisschen wankelmütig und ja, das war ja schön der Traum für den Bullenmarkt, aber es geht doch nach unten. Diese Entscheidung ist für viele Marktteilnehmer offensichtlich noch nicht gefallen und die steht jetzt an. Warum das Ganze? Naja, zumindest mal die Kollegen, die charttechnisch unterwegs sind, zumindest mal einfachste charttechnische Levels im Blick haben, die sagen, naja, ausgerechnet nicht die, sondern die da unten, die sagen, Mensch, wenn wir Widerstand haben, wäre jetzt einer da, nämlich die mehrfachen Zwischentiefs, die wir hier hatten, das war hier eins vom 6. Juli, 7. Juli und dann hatten wir nochmal eins im August, 18. August. Das waren beim DAX-Index Zwischentiefs, die bis dahin erstmal eine Unterstützung erstmal so halbwegs geboten haben und jetzt tut sich die Frage auf, ob genau dieser Bereich, den wir hier haben, man könnte jetzt auch noch diese hier noch mit dazu zählen. Also es geht da jetzt nicht um Millimeterarbeit, aber hier ist jetzt die offene Frage. Jetzt sind wir schon so weit gegangen. Wollen wir jetzt drinbleiben? Trauen wir uns? Bleiben wir drin? Oder knicken diese Marktteilnehmer ein? Viele sagen, ja, das mit der Charttechnik, das ist malen nach Zahlen, das ist irgendwie bilderbuchmäßig, aber nicht im guten Sinne gemeint, sondern das ist doch alles Unfug hier, als ob da irgendwelche Marken... Naja, der Chart sagt natürlich nichts aus, aber das Verhalten der Marktteilnehmer, das ist alles. Wie reagieren die jetzt hier? Bleiben die dabei? Sind die stark genug, jetzt hier auf der Käuferseite zu bleiben oder sagen sie, ach, jetzt haben wir doch so einen schönen Gewinn mit? Komm, lass uns rausgehen, was wir haben, haben wir. Das wird hier entscheiden. Das ist entschieden. Das ist eine Marke, die häufig für Hitzepickel im Gesicht oder schwitzige Hände eben spricht. Ach, was mache ich denn jetzt? Was soll ich denn? Soll ich rausgehen? Oder eben im Sinne von, nein, im Himmelsweg, ich gehe doch nicht raus, ich bin doch nicht bescheuert. Super Situation aktuell, natürlich behalte ich. Nein, im Gegenteil, ich erweitere sogar noch mal. Das wird jetzt hier in diesem Bereich entschieden. Der DAX da also jetzt an einem sehr spannenden Punkt. Gucken wir uns das mal im Nahkampfbereich an. Also das hier unter der Lupe, das ist auf Tagesebene. Das wird uns vielleicht jetzt für heute, vielleicht auch noch für ein, zwei Tage mitbegleiten, je nachdem, wie er da jetzt unterwegs ist. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie reagiert er da? Bisher ist er da einigermaßen straks zugelaufen. Und jetzt ist halt die Frage, wie geht er jetzt damit um? Es gibt eigentlich an der Stelle drei klassische Verhaltensformen. Ich kann euch jetzt nicht sagen, welche kommt. Ich kann euch aber an jeder Verhaltensform sagen, was das wahrscheinlich bedeutet und wie ich als Händler damit umgehe. Variante 1, der Markt läuft durch. Super Zeichen. Das heißt, obwohl es Widerstandschancen gab, haben die Marktteilnehmer gesagt, ich bin doch nicht bescheuert und nehme jetzt Gewinne mit. Da geht noch mehr. Also wenn der Kurs hier anfängt, drüber zu machen, also nicht jetzt nur so ein bisschen, also so wie ich es jetzt hier gezeichnet habe. Ich sage jetzt mal 600, 15.700, das ist ein sehr gutes Zeichen. Das zeigt nämlich, dass die Marktteilnehmer keinen Respekt vor Widerständen haben, dass sie sagen, ich gebe doch nicht her, was ich jetzt habe. Im Gegenteil, da geht doch noch mehr. Ja, klar, auch dann wird es früher oder später mal eine Korrektur geben. Das ist aber alles im Sinne eines Bullenmarktes in der hoffnungsvollen Erwartung, dass es dann weitergeht. Also diese Variante würde dafür sprechen, alles super. Im Moment können wir es hier noch nicht richtig sehen, weil wir wirklich noch ansatzlos mehr oder weniger hier oben rumhängen. Die zweite Variante, also nicht das Durchgehen, sondern die zweite Variante ist die Marktteilnehmer zögern. Das könnte irgendwie so aussehen. Das ist jetzt nur Fantasie. Da gibt es verschiedene Formen, wie das aussehen kann, aber in irgendeiner Form korrektiv. Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Das wäre dann etwas, ich mache mal das, weil das noch klarer für eine Korrektur steht. Also der Markt geht zwar ein bisschen runter, er verliert zwar ein bisschen in Höhe, aber nicht mit Stärke, sondern eben irgendwie korrektiv. Ja, verschiedene Korrekturmuster gibt es, A, B, C oder eben irgendwie sowas in der Richtung. Dann heißt das, ja, man zögert hier, aber man will auch nicht das wieder hergeben, was man schon hat, großartig. Also man hat Sorge. Aber eigentlich würde man lieber auf der Longseite sein, weshalb man nicht dann die Gewinne, die man hier dann erzielt hat vielleicht, leichtfertig wieder abgibt, die Position schließt oder vielleicht sogar aktiv auf die Shortseite wechselt, sondern dass man eben sagt, nee, 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 wir bleiben da drin, wenn es eben geht. Der Kurs macht eine Korrektur und viele von euch kennen das, wenn das die starke Seite ist, wenn dann eine Korrekturseite kommt, dann ist die beste Chance, dass es nach oben geht. Idealerweise wartet ihr dann, dass er irgendwie inzwischen hoch dann rausnimmt. Sowas hier zum Beispiel, das wäre dann sogar ein neuer Einstiegstrigger für die Longseite. Das wäre auch ein sehr bullisches Zeichen. Je nach Korrekturgröße könnte man dann auch vielleicht sogar abschätzen, ob es dann vielleicht so eine 1 zu 1 Projektion gibt. Wenn es eine sehr kleine Korrektur ist, dann sicherlich erst mal weiter, aber nicht zwangsweise 1 zu 1. Aber wenn es eine halbwegs mittige Korrektur hier gibt, dann ist die Chance sehr, sehr groß, dass der Kurs hier im Anschluss das noch mal nach oben fortsetzt. Und dann sind wir aus dem Gröbsten raus, zumindest mal in diesem vorläufigen Bild und hätten sogar neue Einstiegsszenarien. Also, Variante 1 hier im Tagesschal läuft einfach weiter. Super, kein Thema. Vielleicht mit kleineren Korrekturen mal, wenn er dann mal hier irgendwie so ein bisschen sowas macht. Ja gut, so in der Richtung. Variante 2 ist, er macht zwar hier etwas größere Korrekturen, aber es sind ganz klar immer noch korrektive Verlaufsmuster. Vielleicht so ähnlich wie hier, wobei das sehr seitwärts war. Deshalb der Verdacht, die Märkte mögen Pattern Alternation. Wenn es vorne eine Seitwärtskorrektur war, mögen sie hier hinten gerne scharfe Korrekturen. Scharfer heißt, dass der niedriger ist als der. Ihr seht, hier war das so ein bisschen, der sogar noch mal höher. Profis unter euch erkennen das. Ja, das wird wohl eine Seitwärtskorrektur hier gewesen sein. Ja, spätestens jetzt wissen wir es. Das kann man erst im Nachhinein erkennen. Reicht aber jetzt ja aus. Ich kann jetzt erkennen, das war seitwärts. Dann wäre hier, wenn jetzt was fällig wäre, eine scharfe Korrektur wahrscheinlicher. Aber dementsprechend, wenn der Kurs dann dreht und hier dann drüber geht, das wäre ein sehr, sehr gutes Zeichen. Also auch noch Bullish, wenn es hier korrektiv runter geht. Dabei ist es gar nicht so wichtig, ob es so aussieht, ob es so aussieht, dass die Quintessenz wäre mehr oder weniger die gleiche. Anschließend noch mal weiter auf der Longseite. Und damit würden wir die wahrscheinlich rausnehmen und hätten einmal mehr gezeigt, die Marktteilnehmer, die trauen dem Markt was zu. So, und die letzte Variante, die letzte Variante ist, dass die Marktteilnehmer jetzt tatsächlich Muffensausen bekommen und den Markt abverkaufen. Das heißt eben nicht korrektiv runtergehen, sondern möglichst stark, wobei diese Abwärtsbewegung eben durch korrektive Gegenbewegung. Gucken wir uns das mal auch im Intraday-Chart an, dann müsste das irgendwie so aussehen und im Gegensatz wackelig hoch, korrektiv hoch. Das heißt, die Marktteilnehmer trauen ihm doch nichts zu, lassen sich jetzt ins Boxhorn jagen, oh, Widerstand, bei kleinster Gelegenheit, vielleicht kommt nachher noch irgendeine doofe Nachricht, irgendeine Marke wird getriggert, irgendein Spruch fällt auf X oder sonst irgendwie was von irgendjemandem, der Beachtung findet. Und die Marktteilnehmer sagen, raus, 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 klasse, wir haben hier einen tollen Spaß gehabt, aber jetzt ist auch gut, Widerstand nicht übertreiben, lieber rausgehen. Dann wäre eine scharfe Abwärtsbewegung zu erwarten, wenn die dann erfolgt und eine Korrektur in die Richtung, beste Chancen noch mal zu shorten, mindestens dann aber rauszugehen, wenn nicht vorher schon. So, wie geht man jetzt damit um? Weil viele sagen natürlich, aber Rüdiger, das will ich ja nicht. Ja, kann ich mir vorstellen, will ich auch nicht. Ja, ich will ja immer nur die guten Trades haben, ohne irgendein Risiko. Aber jetzt mal Spaß beiseite, das geht natürlich nicht. Ihr müsst irgendwas in die Waagschale werfen, und wenn ihr was kriegen wollt, müsst ihr was in die Waagschale werfen. Das heißt, jetzt ist eine Entscheidungsmarke, wenn ihr euch nicht sicher seid, schließt die Position und sagt sich, ich gucke es mir an, wackelt es runter, kann ich ja wieder long aufbauen, läuft es weiter, warte ich die nächste Korrektur an, baue long wieder auf und wenn es runter geht, bin ich froh, dass ich da meine Gewinne mitgenommen habe und mache neue Shorts auf, wenn er die nächste Korrektur gemacht hat und ich dann eben die Abwärtsseite wieder mitfahren kann. Das ist für die Vorsichtigen. Für diejenigen, die sagen, naja, ich habe doch jetzt hier schon ein bisschen Polster, dann soll er halt einen Rücksetzer machen, dann merkt euch mal in etwa, ganz grob nur diese Korrekturgröße, die wir hier haben, so ganz grob, und mit der müsst ihr hier in etwa rechnen. Das wäre aber ja nicht schlimm. Dann hätten wir hier eine, von mir aus, seitwärts Korrektur, dann hätten wir hier irgendwie einen Anstieg noch, okay, dann hätten wir hier eine scharfe Korrektur, ähnliche Größe, und wenn er dann weiter nach oben geht, ja gut. Ihr habt da so eine Größenordnung, in der sich das vielleicht etwa abspielt, kann auch ein bisschen tiefer sein, aber selbst wenn es ein bisschen tiefer ist, dieses Tief ist niedriger als diese Hochs hier, selbst als das höhere Hoch hier von der B-Welle, ist überschneidungsfrei, und wir wissen, ein Verlaufsmuster, das in etwa so aussieht, ohne Kursüberschneidung, wo der drüber liegt, über dem, das ist ein gutes Zeichen. Also, bullisches Anzeichen, was wir da haben. So, diese Entscheidung, die wir jetzt hier beim DAX haben, die steht nicht nur beim DAX aus, die steht auch beim Dow Jones aus, da haben wir nämlich hier ebenfalls nochmal ein Zwischentief, und für alle Schisser im Markt, die jetzt Angst haben, die werden jetzt ernsthaft überlegen, ach, geh lieber raus, das wird eh nichts mehr. Das ist jetzt die Übung, die wir jetzt abwarten müssen, zu gucken, was ist das. Und da hängt es jetzt davon ab, ob ihr sagt, naja, ich nehme lieber mit, oder ob ihr sagt, pah, bleibe ich drin. Jetzt in diesem Moment zu kaufen, weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht so adäquat, da würde ich dann eher abwarten, nach einer Korrektur wieder zu kaufen, oder wenn er durchläuft, danach bei der nächsten Korrektur zu kaufen. Ist das nicht ein guter Einstiegstrigger hier? Naja, wenn wir ehrlich sind, ich finde das keinen so tollen Einstiegstrigger. Warum das denn nicht? Warum maule ich denn dauernd rum? Naja, man könnte doch jetzt sagen, wenn er da drüber geht, Rüdiger, geh doch da long. Das Problem ist nur, wir sind doch jetzt schon sehr stark gestiegen. Und früher oder später kommt eben eine Korrektur. Wenn ich jetzt einsteige, muss ich also den Stop so weit weg machen, dass ich diese Korrektur überlebe. Das heißt, ich habe einen relativ weiten Stop, das heißt, ich habe eine relativ kleine Position. Weil je weiter der Stop, desto kleiner muss natürlich bei ordentlichem Money Management, desto kleiner muss meine Position sein. Kleine Position bedeutet, wenn es weiter klettert, verdiene ich aber auch weniger. Ein bisschen cleverer wäre es, wenn der Kurs so was macht. Ich kann dann hier einsteigen, habe meinen Stop vielleicht hier, dann habe ich einen viel engeren Stop. Das heißt, ich habe vielleicht sogar einen höheren Einstieg, aber viel mehr Position, weil der Stop ja enger sein kann. Das heißt, ich verdiene an diesem Teilstück deutlich mehr, weil ich vielleicht doppelt so viel oder wie viel auch immer Positionsgröße habe in dem Fall. Das mal so als Nebengedanken, weil viele immer sagen, ja, aber wenn ich hier einsteige, ist es doch günstiger als da. Ja, vom Preis schon, aber wenn ich von dem teureren wegen des engeren Stops doppelt so viel kaufen kann, ist es ja noch geiler, noch viel besser. Also insofern ist das etwas, da würde ich jetzt tatsächlich sagen, lassen wir doch mal die anderen Marktteilnehmer entscheiden, ob sie hier mutig genug sind, das durchzutraden, wie wir es beim DAX hatten. Das Bild ist ja sonst genau das Gleiche und dann wäre das Aufspringen aus meiner Sicht dann interessant. Aktuell scheinen die Marktteilnehmer tatsächlich noch nicht so ganz klar im Kopf zu sein, wie sie damit umgehen wollen. Ein Grund mehr, jetzt im Moment dann zu sagen, wir lehnen uns mal zurück, Operngläser raus oder für die Jüngeren dann eben 3D-Brillen raus, Popcorn und dann lassen wir uns das mal anzeigen, was die anderen da vorhaben und dann machen wir das Alte wieder. Es ist ein Mitmachspiel, sobald wieder klare Richtungen herrscht, machen wir natürlich mit. Immer schunkeln in die gleiche Richtung, wie die anderen auch. So, also insofern spannende Situation bei beiden Märkten. Wie sieht es denn beim S&P aus? Der S&P ist, was das angeht, schon drüber hinaus, über diese ersten Zwischentiefs, die wir hier haben. Wir haben natürlich hier auch irgendwie eine Marke, aber da ist dieses nicht so eminent. Aber wir haben ja schon festgestellt, dass der S&P und der Nasdaq da ein bisschen anders unterwegs sind. Also hier macht das einen sehr, sehr viel stabileren Eindruck für die bullische Seite und ich gehe mal davon aus, trotz kleinerer oder größerer Rücksetzer, die müssen wir natürlich immer wieder erwarten. Ich würde sogar mir gut vorstellen können, dass wir jetzt so, vielleicht nicht ganz so groß, aber irgendwie sowas hier nochmal als Rücksetzer bekommen und danach geht es dann eben weiter, finde ich eigentlich ganz so adäquat. Insofern ist auch beim DAX und beim DAO mindestens mal als Mitläufer-Effekt meine Erwartungshaltung groß, dass die Chancen für eine Fortsetzung nach oben recht gut sind. Aber warten wir es im Zweifelsfall mal ab. Ganz ausschließen können wir nicht, dass das nachher noch in die andere Richtung kippt. Aber wir hätten eine frühe Indikation. Kippen wäre sowas. Mit wackelig nach oben, dann Chancen für weiter nach unten. Also das können wir nicht brauchen. Wenn er wirklich so eine Bewegung macht, dann nehmen wir halt mit, was an Gewinn noch dann da ist. Wer hier unten eingestiegen ist oder auf mittlerem Weg, der hat ja bis dahin noch nicht groß was riskiert. Aber das wissen wir im Zweifelsfall nicht. Die Chance dafür besteht natürlich immer. Aber es gibt im Moment jetzt keine starken Anzeichen dafür, dass das jetzt hier direkt bevorsteht. Das ist auch beim Nasdaq nicht großartig anders. Der Nasdaq hat sogar alle, der hat ja diesen hier noch nicht mal richtig unterschritten, hat diesen hier auch durchlaufen. Also wir sehen, dass beim Nasdaq die Marktteilnehmer genau diese Tests, über die ich gesprochen habe, sehr positiv entschieden haben, gesagt, geh doch nicht raus, Herr Rüdiger. Ich schließe doch nicht. Bin doch nicht bescheuert. Ich freue mich doch jetzt, dass neue Hochs kommen. Irgendjemand hat mal drunter geschrieben, ja, was rechtfertigt denn den Anstieg? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es gibt immer einen Grund, dass man sagt, ja, ist doch klar. Aber darum geht es an der Börse eigentlich nicht so sehr. Ihr müsst euch das ein bisschen so vorstellen. Ich habe eben das Bild schon mal gebracht. Börse ist ein Mitmachspiel. Es kann sein, dass es völlig unangemessen ist, jetzt hier einen Walzer zu haben oder irgendwie eine Polka oder sonst irgendwie was zu spielen. Es kann völlig unangemessen sein. Aber es gibt an der Börse nur zwei Sachen. Entweder ich stehe am Seitenrand und schüttel den Kopf und mache nicht mit. Wenn ich aber mitmache, muss ich im gleichen Takt schunkeln wie die anderen auch. Es spielt gar keine Rolle. Ja, aber das macht doch keinen Sinn. Völlig richtig. Aber entweder ich stehe dann am Seitenrand oder ich mache das mit, was die anderen machen. Und das ist im Moment die Aufwärtsrichtung. Ob das gerechtfertigt ist, ob das nachvollziehbar, ob das vernünftig ist, ist, das ist eine Frage für die Philosophen, aber nicht für den Händler. Der Händler interessiert sich nur dafür, was machen die anderen oder mache ich mit. Und die anderen haben sich im Moment erstmal entschieden und dementsprechend, solange diese Entscheidung so läuft, ist alles gut. Wann entscheiden sie sich um? Naja, starke Abwärtsbewegung sieht dann nicht mehr nach Bullisch aus. Wackelige Abwärtsbewegung, würde man sagen, ja, das passt noch. Weitere Aufwärtsbewegung, ja, das passt noch. Also ihr habt relativ einfache Indizien dazu. Das heißt, wenn ihr so einen starken Rücksetzer hier habt, müsst ihr damit rechnen, wenn es wackelig ist, dass er triggert. Hat er nicht getan, wäre durchaus vernünftig gewesen, hat er aber nicht getan. Hier im Nachthandel ist das natürlich immer alles so ein bisschen, da zieht sich das in die Länge hier, das darf man nicht vergessen. Das heißt, es gab hier vielleicht eine Short Chance. Die Marktteilnehmer haben gesagt, ja, muss ja jetzt auch nicht unbedingt. Ja, ihr müsst mit dem Nachthandel immer ein bisschen aufpassen. Also Kurse um vier ist nicht ganz so relevant. Das ist dann häufig Überbrückung. Theoretisch könnte man das mit einer Schere rausschneiden, aber das sieht auf dem Bildschirm immer doof aus. So, also insofern, die Marktteilnehmer hatten die Möglichkeit nicht genutzt, aber denkt immer dran, so ein kleiner Rücksetzer schadet ja nicht. Im schlimmsten Fall gibt es halt einen kleinen Anschlussrücksetzer. Nur wenn ihr einen Rücksetzer hier habt, wo ihr sagt, naja, aber wenn jetzt hier nochmal so ein Anschlussrücksetzer, dann sind wir hier, dann sind wir ja mit allen vergleichbaren überschneidend. Das ist schlecht. Dann könnt ihr hier schon entscheiden, dass das das Ziel ist und dass das schlecht ist mit den vorherigen Bewegungen. Habt ihr einen kleinen Rücksetzer, könnt ihr auch drin bleiben, weil ihr sagt, naja, was soll passieren, kriege ich die gleiche Größe nochmal, dann bin ich ja erst nochmal safe, weil Rücksetzer dieser Größenordnung muss sich eben aushalten. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet, seid darauf gefasst, was DAX und Dow jetzt machen. Voraussetzung von S&P und Nasdaq sind eigentlich ganz gut, deshalb ganz gute Chancen, dass es da noch weiter nach oben geht. Behaltet es im Auge. Ich drücke euch die Daumen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.